Hey Leute, was geht? Und seid herzlich willkommen. Heute bin ich mal auf dem Creeper Games Server. Und zwar wollte ich sagen, dass wenn ich slash p Spielkind mache, genau, derjenige, also der liebe Spielkind, hat mich gescannt. Und zwar, ich hatte ein Beacon in meinem Inventar, ich hatte irgendwie ein paar Diamanten, also ein Diamantenspitzhacke und ein Diamantenschwert. Ich kann hier nochmal kurz den Chat zeigen. Ich hatte getötet, dann habe ich halt A und dann schreibt der Beacon und dann schreibe ich dein Ernst und dann schreibt der Junge, ich habe den von dem Zuschauer bekommen, also ich habe meinen Beacon vom Zuschauer bekommen. Schreibe ich nochmal A und dann schreibt der Tier. Ja, genau Leute, passt auf, was ihr hier so auf Creeper Games macht, da P, also der Spielkind, der scant, also deswegen passt auf. Ich kann das noch meinen. Gennd Bastard Video. Kommt. So. Ähm. Genau. Ja, genau. Ja, und deswegen, ähm, eigentlich soll das Video noch oft an den Creepha Games Support, ähm, sein für den Creepha Games Support und deswegen, äh, passt auf, was ihr auf Creepha Games macht und, ja, dann haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao!